Intro Intro Yo 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 Leute und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufendung von Hurtz und Markus Yo Leute, mehr der Behinderts ist mir bei aller Zeiten? Ja schwarz, herz, huft Schon mal wieder Chayner, äh Walla, nix Chayner Ich bin ein Talent! Bereitet euch auf die Lichter vor, ihr reudigen Landraten! Das Licht der Sonne soll unsere Feinde verbrennen! Äh, Astro-Danzer runter! Viel Go mit Plus Top! Wann gehst du denn? Lass uns diesen Beobachtungspunkt sichern! Ja, ich gebe euch noch 10 Sekunden! 5, 4, 3, 2, 1 Lass die Schlacht beginnen! Smogodown Geil, Smogodown So wie es aussieht Astro-Danz Boah, ihr kommt doch Geil, Seine Geil, Seine Geil, Geil Geil Ich gebe es nach oben. Ja, dann haben sie den unteren. Ich denke, sie müssen sie davon abhalten, den abzugeben. No Pay, sehe ich auch so. We don't pay for any CO, sie haben schon gesagt. Okay. Alter. Ich weiß, keine Wada werden. Scheiße, ich respekt. Ich muss mich zurückziehen. Gehen wir. Wir sollten dieses Leugnerlager einnehmen. Okay. 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 ich glaube wir machen schon einen sehr guten Job lasst uns unbeehrend voranschreiten ah fuck die Wandstelle okay ah fuck 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 ich habe meine Beute gefunden wir haben eine Abmachung schickt diese Küstenschiffer zu denen ein Feuer frei die Jagd geht weiter verteidigt unser fort das war ein Verbündeter braucht uns ja also grad läuft viel tatsächlich gut also kann ich kein Sieg sein ja ich habe mich aufgeregt das war das war das war ich habe mich aufgeregt Wisst ihr was? Ich selbst hier! Alle Feuermeisten dürfen sich zu! Hahahaha! Hahahaha! Das war alles! Ja und ich. Ich muss nicht zurückziehen. Wir können uns nicht zurückziehen. So ne Scheiße, ich brauch Wana. Der Pfad führt hier lang. Ah fuck it. Raider denn. Da oben ist, Alter. 2. Alter. Der alte Schwarzherrn hat ein kleines Geschenk für euch! Ah! Gut gemacht! Okay. Okay. Ich brauch endlich verdammte Scheiße Wana. Ah come on fuck it. Oh oh ich hab einen Verfolger. Ich muss mich zurückziehen. Ich muss mich zurückziehen. Lass uns dieses Söldnerlager einnehmen. Die Jagd geht weiter. Wir sollten dieses Söldnerlager einnehmen. Wir sollten dieses Söldnerlager einnehmen. Bedeuu. Jetzt. Das ist der erste Mal. Der ist im Kopf auf. Das ist er levier. Das ist der erste Mal. Das ist ein Problem. Es wird probier. Der ist ein Problem. Der ist ein Problem. Jetzt versuche ich dir. Der ist ein Problem. Nun denn! Bringt mir eure Klonen für meine Dienste! Hehehehe Die Jagd geht weiter Fuck ich hab ihn nicht mehr bekommen, Uta ist in Kommen Ok Ja Uta ist in Kommen Oh Ich bin dauernd Out of Banda, das ist richtig B-Hindy Kommen wir runter zu dir Die Jagd geht weiter Ja, könnte Hilfe gebrauchen, da kommt auch noch Barak Die Jagd geht weiter Oh shit Komm schon Einfälliger Asch Ich habe meine Wolken gefunden Ich habe meine Wolken gefunden Ich habe meine Wolken gefunden Der Part führt hier lang Wir sind dran, Jungs Haha Jetzt kommt Leben in diese Bude Die Patriarch werden der Freund sein Doch, ein Verbündeter braucht uns Wie ihr wird Schaut Was hat sich ja weh getan Oh, was war die gezählert Oh Wissen Sie die letzten Worte Große Kalorren von der Zeit Er wackelt Ja Lauf weg Oh shit Ich glaube sie haben genug Hahahaha Hahahaha Ach, oh shit Oh shit Ach, sorry Ich kann hier nicht machen für dich Ja Der Timo wollte dir den Aschreffen Deh, oder? Hat er auch fast geschehen Hat er auch geschehen Also Hat er eingeschwehen Ja Ich glaube sie haben immer noch geschehen Jungs Jungs Komm Ich dachte, ich muss mal Da Habt hier lang aber jetzt aber jetzt abgeworfen Boah. Okay. Wo ist das, Mann? Oh ja, die ist ja da unten drin. Wir sollten dieses Söldnerlager einnehmen. Wir haben eine Abmachung! Schickt diese Küstenkipper zu dir ein! Okay. Oh, Ulti ist unten drin. Alter, warum ist alles so langsam? Nein! Boah. Alter, ich wurde gerade nur noch gut gegangen. Ja, Kahel ist irgendwie ein bisschen komisch. Der rennt immer weg, weil die Gegner da sind. Schnell und lautlos. Wir sollten dieses Söldnerlager einnehmen. Ich stelle da hoch, die Wachsäbigkeit Boss. Oh, was hat sich ja wehgetan. Wollt ihr noch nähern? Alter, boh. Ihr werdet niemanden mehr zum Streifen bringen. Wir sollten dieses Söldnerlager einnehmen. Soll ich ein Schrader von hinten nehmen? Ach, wen kümmert du jetzt? Ist der Spaß los? Ich breche auf. Gut gemordet. Das hast du gemacht. Festung, zerstört! Ah, 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 ah. In Ordnung. Wir sollten dieses Söldnerlager einnehmen. Ich glaube, sie haben genug. Ha, 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 ah. Schnell und lautlos. So. Jetzt müssen wir uns die da unten holen. Jane und so. Unruh. Ha, 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 ha. Spiel los, Magatan, oder? Junge los. Move. Wir könnten einen Thor nicht entredgen. Die Nacht geht weiter. Ihr denkt, wir können beide Thron öffnen, ihr Süßwassermann-Hosen? Oh, da ist alles rein. Yes! Ich fühle mich stärker. So, jetzt gibt's Holz. Ich hab's nicht abgegeben. Oh, jetzt. Ich glaube, dein Wettel ist über Bord gegangen. Der Tod erwartet euch. Der wird nicht wieder aufstehen. Doppelkiss. Gut gekämpft. Was soll ich machen? Ja, immer wieder Disconnect. Aber dein Bot hat das angegeben. Hier. Hier ist es, Mann, Jungs! Haha! Jetzt von neben dieser Buche! Held! Abgebuxt! Das war adäquat. Er schüttet dieses Vor in seinen Grundfesten. Fast! Und jetzt kommt er! Ich bin in der Zeit. 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 Jo, wachtest du für wieder Disci, Connectos, Valadius. Und Alta wieder! Warum bin ich gestoppt? Nein! Wir sollten dieses Söldnerlager einnehmen. Wir sollten dieses Söldnerlager einnehmen. Wir sollten dieses Söldnerlager einnehmen. Leute, die machen Boss. Wir sollten dieses Söldnerlager einnehmen. Geh'n wir. Geh'n ich alleine rein, Wack, ist das auch doof. Das zerstört die Zikadelle unseres Heides. Okay, dann gehen wir halt auf die Zikadelle. Geh'n wir. Eine Wack. Wack. Oh, lass, ich dich nicht poles muss. Oh, was das? Oh, yes! Heute gibt's keine Schatzsuche. Der Schatz ist da vor eurer Nase. Hol ihn euch! Sie! Ja, Leute. Drittes Spiel in der Liga. Drittes Sieg in der Liga. Jo. Und Markus ist wieder zu alt im Verhaltensmuster zurückgerüstet. Geht einfach, wenn er keine Lust mehr hat. Ja, ne, keine Ahnung, Alter. Das dann ändert auch mehr liegt, Alter. Jo, auf jeden Fall sind wir jetzt schon wieder Range 41. Richtig, richtig geil. Da würde ich sagen... Fast sich, alter. Wir haben uns wieder auf 15 Punkte auf 40 wir haben knapp 300 Punkte gemacht. Das heißt, machen wir beim nächsten Mal wieder 2 Level ab. Auf jeden Fall würde ich sagen, war das wieder mit der heutigen Auflage. Wir sehen uns beim nächsten Mal und bis da hin. Shelby und Ciao! Ya lüu!